hallo und ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge hier auf der äh auf der hinterkehr weg der blieb macht man ich muss den jürgen auch schon wieder zu der geld ausgeben ich habe gesehen in der anzeige dass nachbarbauer unsere hilfe benötigt also könnte benötigen der hat so eine da bist du nicht da hilfst du gerne bei der frau er gibt uns tatsächlich zirka bei 9000 wir sein feld kurz zu tun ich ruf mal jürgen an und gucke mal ob er uns ein paar schnelllieferungen für dünger-palette dran steigen kann ok äh bis gleich das ist das erste mal Ja, hallo, Jürgen, hier. Moin. Ah, moin, moin. Ist der Zap da? Ja, ähm, du hör mal, Jürgen, kannst du mir ein paar irgendwie, Expresso, äh, Was? Expresso? Oh Gott. Expresso eine Düngerpalette rausstellen, so eine Holzpalette. Die hast du mir immer rausgestellt, du hast ja die Kontodaten, du kannst gleich abrufen. Ah, jo, ja, ja, ja. Würde das gehen, das wäre perfekt. Ja, ja, ja. Muss auch nichts zu verladen hinstellen, ich habe Frontlader dabei. Okay, dann, äh, ja, und wie sieht es eigentlich aus mit unserem Brescher, das wollte ich dich nur fragen. Ach, ähm, ja, müsste ich mal meinen Arbeiter hier anrufen, der Kevin, der macht aus. Okay, dann, äh, super, ich bin gleich da, bist du auch da, oder nicht so? Nee, der Kevin ist da. Achso, okay. Okay, okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen, schönen Arbeitstag. Tschüss. Ja, jo, jo. Der lässt hier ab? Ja? 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 Hier kurz ein paar Expresslieferungen. Mann, äh, du hör mal, ich habe ihn gefragt wegen unserem, äh, unserem Brescher, ob der Fertig mal erst. Hat er gesagt, ja, ich, äh, muss mal den, äh, Kevin, äh, sagen, dass er, soll noch rangehen. Ja. Also, leider, noch nicht. Mach der registriken Nummernschüler dran. So. Ähm. Was soll man denn aufs andere Feld dir ansehen überhaupt? Äh. Was hast du aufs Erste? So, der Boden. Also, hör mal, äh, irgendwas mit, äh, mit Stroh war ja schon, irgendein. Dann, hör auf, oder? Genau. Gut. Palette ist dezent schwer. Ich muss nur sagen. Mal kurz, Leute, den Sack hier, also die Palette unten öffnen, die hat, unten Schacht. Ich bin zu klein. Er muss noch wachsen. So, hab ich aufgemacht. Perfekt, oder? So, Leute, ich hoffe 4.000, knapp 4.700 Liter Dünger reicht für das Feld. So, Leute. Wir drehen uns mal das an. Ja, der... ... 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 Okay, äh, Vertrag akzeptieren werden. Das ergibt uns, äh, 8900, äh, 9900. Oh. Ich hab da schon, äh, vorher mit ihm hingesprochen, hat er gesagt, äh, er kann leider nicht mehr, aber, aber es sind fast 10 Mille. Ich würde sagen, es ist gar nicht so ein schlechter Preis. Heißt, das heißt, ob ich bei der, äh, Abbezweigung nicht durchgefahren bin. So, jetzt mal kurz ein Real-Tal, OEC, Leute. Äh, er sollte sie das sehen, äh, Ich habe heute meine Ex-Freundin getroffen. Sie hat mir, aha, sie guckt, äh, nicht jedes, aber so regelmäßig meine Videos. Ganz komisch. Ja, äh, auf jeden Fall. Und so zwei, drei Videos, was du nicht gucken, wenn du bist. Oh Mann, zum Glück ist das, äh, die NRF noch. Also, nicht rausgekommen, Folge, wo haben wir beide verloren, komischerweise. Das verloren. Ja, die Folge, eine Folge haben wir doch, äh, irgendwie verloren. So. Weißt du noch? Ja, ich verhalte die falsche. Ah, du weißt halt die Folge. Was jetzt? Oh Mann. Was, Alter? Ja, Leute, äh, ja. Wir haben mir easy gechillt wieder in den RP. Alter, ich bin so müde. Ey, ich habe gedacht, 12er-Stream. Ja, ja, klar. Nach den 5, äh, nach den 5 Auflaufen machen, müssen wir uns alles. Hm, ja. Hab ich gedacht, ja, ja. Ja, du bist dann einfach so, oh, ich bin so müde, das Ding, können wir das auch nehmen. Nein, wer war, wer war todemüde bei dem, äh, 6er-Stream? Du. Ah, ja, ich. Ich habe schon 2 Stangen gestehen heute, also. Ich muss nur 10 Stunden streamen. Eigentlich kurz rum, wenn ich dir darf sagen, wenn wir alle Videos nachholen wollen, sind das genau 7 Videos. Ja. Wisst ihr, Leute, wir sind wieder verbannt. Aber, ihr seht das schon wieder, wenn wir diese Vorproduktion nicht hätten, dann, äh, die wären jetzt, die wären jetzt die Videos rausgekommen. Könnt ihr euch mal fragen. War jetzt sogar mal gestern auf Teams. Ja, ganz wild. Jemand war nicht da. Gestern, war, gestern war echt Weltwunder, bei meinem PC war gestern den ganzen Tag aus. Da, wo ich den ganzen Tag zu Hause war. Ja. Äh, mal kurz OHC, ihr wisst ja, warum war er zu Hause und sein PC hat nicht, äh, gelaufen, kann man, äh, nur auf eine schließen, äh, eine Dose gehabt. Äh, was ist das? Ja. 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 Ja, ich sag's doch. Ich kenn ihn doch. Nee. So. Sag es so, ich hab gestern, 14 Stunden lang geschlafen. Alter. Alter. Ich hab gestern Abend um 7 Uhr hab ich eingepennt. Und dann bis um 9 Uhr hab ich geschlafen. Und dann bist du jetzt. Bist du müde? Ja. Wie kann das sein, Alter? Kann das sein Wort das Name sein? Ja, aber müde. Den da vorne fahren, hier. Ach, liebe Frischchen. Irgendwie mal so'n Horror-Spieler kaufen, halt, wenn ich wieder bin. schüttelnd. Ich bin jetzt 2 Minuten nah bei mir, aber auch, oder? Ich bin da, dass, äh, Game-Level zusammenkommen, weißt du? Schlachtbier, Menschen, da, fressen sich. Weißt du noch, welches Game rede ich? Was? Weißt du, von welchem Game rede ich? Welches Game denn? Was hast du gesehen? Geht? Welche Funken noch? Ja! Ah, GPS, geh raus, geh raus, geh raus! Oh, da war ein Baum. Ja, ich geh mal aus, du geist, Fingersteuer. Ja, da hat er nur Fingerbild mit dem GPS. Was, von welchem Spiel hast geredet, jetzt vielleicht hier besser von meinem Empfang her. So, ja, ja, ja. Äh, das Spiel, wo wir zusammen haben, Leute. ja, Junge, da, wo hat man die scheiß Flugzeug geabschutzt. Geh mal ein bissl in die Höhlen rein. Bist du die scheiß... Ah, das Spiel, ja, ja. Da ist der Name, nicht mehr. Forrest. Oh, ja, ja. Das Spiel ist überhaupt geschnitzt, was du der Pilot warst. Ja, ja. Auch? Ja, du. Ach, Gott. Ich weiß auch nicht, was ich habe. Ich dachte, ja, das Feld muss ich ja nicht, äh, äh, hier, Schickimicki machen. Also, ja, fertig machen. Ah, ja. Bei Nissan Fall. Du, ja, das war's. So, äh, Hä? Hä? Ja. Ja, ja, das hat man dreifach gehört. Du kannst den Funk drücken, zigmal, wie du will. Wie soll ich jetzt bitte, wenn ich sage, ich fahr nur innen drin? Wie soll ich das machen? GPS, wobei man auch aber gehört. Ich will jetzt nicht mit GPS fahren. Ja, ja, ich kann doch, wie geht das auch immer. wäre, gimme, Alter. Ich fahr wenn ich mit GPS rass. Ist doch, das hält man da. ja. Ja. Ich fahr. Freuen alle die am besten. Hey, ist bestimmt jetzt die Fliegen-Allergie. Fliegen? Ich hab eben den Konstantiker immer zu verfliegen, um ihn zu machen. Ist... War mir klar. Man, du wärst grad... Sie haben mich halt... Sie haben mich halt übers Headset zum Fressen gerne. Ja. Habt ihr schon Fressen gerne? Weniger als hier Fliegen haben wir schon Fressen gerne, ne? Oh Mann, Bruder. Ja, bei mir haben's auch andere Leute. So! Ja, Junge, hier, Alter! Warum's gehen wir raus, Junge? Scheiß kleine Schreieck noch, Junge. Seit wann ist dieser Mr. Trista hier so pickelig? Was ist mit dem GPS los? Junge! Mach doch nicht diesen! Aha, hier! Ja! Gut! Er ist doch nicht so... Sorry! Er ist gut! Hallo, Kollege, was war das? Ähm... 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 We got a real project... So... Leute! Von heute! Guckt euch mal diesen... Oh! Denkt sie an! Guck mal gucken! Hast den... Hast den... K-komm! Picasso! Ich leg dich auseinander! Ja! Das ist jetzt los! Was ist denn der Auftrag schon fertig gemacht hier? Äh, was? Schnitte! Was? Von Mr. Twisty! Mr. Twisty? Und die hab ich mir schon eingesteckt! Ach komm! Ich fahr jetzt nach dem Hof, Leute! Und mach mir hier, die... Da hat man noch... Da musst du die Kohle einstecken, ja? Bevor du die verlierst! Bitte Gummibär, Alter! Weil hier halb sind... Durch den verdammten Seil durch! Ich bin einfach Pro, oder? Weil ich könnte falsch fahren! Ähm... Das vertagen wir noch mal! So! Ach Leute! Ich wollte noch... Ja! Wisst ihr was? Ich hoffe, dass es morgen nicht so heiß wird! Dann äh... Können wir gerne... Ach... Ah ja! Ich meine natürlich für euch gestern... Ähm... Ja! Oh, Milch verkaufen! Wir müssen unsere ganze Milch hier zusammen nehmen! Aber... Das war ein... Ähm... Ja! Ne, ähm... Für euch gestern, wenn es war am Sonntag nicht so heiß... Ich würde gerne nachschauen, wie heiß war es! In der Schweiz! Wenn es nicht so heiß ist, dann kann ich mich morgen gerne ranzitzen! Stream starten! Und äh... Ehm... Gerne... Ein bisschen talken! Besser gesagt... Ähm... So ein Dings probieren zu erstellen! Ah! Logo! Logo! Ja! Logo! Oh! 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 So! Äh... Ja! Auf jeden Fall, äh... Kann ich dann gucken... Hier... Hier... Schnudde... Schnudde... Äh... Die Schnudde! Ich merke schon... Hier... Ist es... Extrem... Schwer... In Geld... Zu kommen... Aber... Wurde... 3.000 haben wir... Wurde... Ich merke schon... Mühls Nur mal seh'n... Was? du musst ansehen was ist du musst ansehen ja und frühstückzeit 10 uhr ist bestimmt die ganz belegen aus dem supermarkt aber erst mit das kauen nicht vom bäcker bestimmt oder da lässt sich von der klumpen heute sommer das er holst du die teuerung er hat der geist nachschub dünner hier hoch bringen wir haben es leute die erste aufnahme ist im kasten leute ich würde sagen wenn es euch gefahren hat unbedingt das like nicht ab und da lassen unbedingt bei maus rein vorbeischneiden und ich würde sagen bis zum nächsten tschüss